Willst du noch eine Eishockey spielen, Marius? Ja, ja. Welche Map? Oh, scheißegal. Verkackt sowieso. Stimmt. Ich kann nur ein bisschen den Controller-Tasten drücken und dann... Ja, ich mach die Augen zu. Zack, die Map. So. Und dann benutzt er definierte Eishockey. Ja. Ach, nee. Da war's schon. Äh, so. Äh, add Kuchenschmerzenato. Musst ja auch bald ins Bett, aber schön, dass alles gut gelaufen ist. Ich schreibe zu. Jetzt hast du dein geiles Spiegelei bei dir. Und ich bin nicht. Oh, das war close. Bist du durch? Ja. All in one? Äh, äh. Ich hab zwei gebraucht. Nice. Ja, nice. Ah, vier. Ich dachte, du wärst bei drei. Ja, vier ist nicht nice. Drei wär noch nice gewesen. Okay, äh. Fullspeed hab ich gehört. Würde Franz jetzt sagen. Nee, der scheiß Torhüter. Oh, nee. Ach, du hast one in one. That's the best. Ah, wieso triggert mich in letzter Zeit alles? Das triggert mich, dass mich alles triggert. Ja, wirklich, das ist echt heftig. Oh! Ich bin aber vom Teil. Wui! Ist der euch schon? Ja. Gerade. Äh, solche Träume wie Berner wünsche ich mir auch gleich. Tobi hatte eben einen Lotto, hatte eben einen YouTube-Demkling. Ich hab nicht gesehen. Oh, der war... Der war nice. Das Torhüter. Z-Z-Z-Z. Ach, schuldigung. Oh, und war noch schuldig. Bei dir geht's rein, ne? Bei mir halt ja rein. Ja, komm. Eben auf der einen Welt hat er mich gehalten. Und du bist reingegangen, ja? Also... Ist jetzt nicht so, dass ich hier noch nicht pariert worden bin. Scheiße. Ah, nee. Jetzt lieg ich hier total im Schuss. Ja, ich mach' noch das Schuss. Hi. War das extra oder war das, äh... Zufall? Zufall. Spitzer Winkel, kaum anders als bei Rocket League treffe ich hier, oder? Jawoll! Ja, wow. Danke, bin auch froh, schreibt der Kuchenschmatzer auf Tobis... ...nette Kommentar. Aber schön, dass alles gut gelaufen ist. Was ist's? Ein Schmatzer, ist aber echt ein richtig schöner... Irgendwann zur Schuss? Becker! Oh! 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 Ah, das habe ich ja nicht. Am Anfang habe ich ja nicht. Oder ich hatte gerade Glück. Ich hatte Glück. Der Anfang ist nämlich ein bisschen zu... Also beim Ball weiß ich es nicht noch, war das sehr Zufall. Ich muss mich lange erkauen. Oh, als ob ich da gegen die Wande komme. Tobi hat gerade nochmal geschrieben. Also nur damit du es auch weißt. Echt der Kuchenschmerzer, soweit die Pandemie-Lage es zulässt, kommt ihr zum Onkel Tobi und zum Lord of the Ring gucken. Hier auf mich, also auf Tobi. Schon durch? Ja, aber mit 1000 Schüssen. Alter, ging der Runde schon so lang? Ich habe nur zwei Sekunden gelesen. Gut. Bei mir hätte er zweimal gehalten. Ah, das ist frech. Oh, du hast mich als Würfel... Ich wusste gar nicht. Hast du mich mitbekommen? Kannst du mich runterschlagen? Das wäre voll lieb. Nee. Ich wollte auch nicht überlegen. Ich dachte, nee, das wäre dann eigentlich sehr gut. Oh, nee. Oh, come on. Oh, nee. Come on. Oh, nee. Weiß, wo ich gespawnt bin? Ganz oben? Am Anfang. Weiß, wo ich gelandet bin. Direkt vom Tor. Hab nicht gelacht. Tobi schreibt, immer noch eins nur Dortmund. Reicht denen ja durch das Auswärtstor. Das ist richtig, ja. Und Puchenschmatzer schreibt, na, da kann man ja nicht nein sagen. Da kann man echt nicht nein sagen. Oh, Liverpool wird verschwenderisch, lese ich hier gerade. Alter. Ja. Also, bei mir bist du gerade auf der Linie liegen geblieben. Ja, war auch so. Du wirst auch mal den, den Schuss davor gesehen müssen. Also, es ist... Gerade, äh, lesen. Ich glaube, dadurch höre ich das. Erzähl noch was weiter. Jetzt hier noch ein Lieber oder was? Halt. Nee! Nee! Hab ich's weggekriegt, oder? Nee, der Tür war dadurch gehalten. Naja, beim ersten Schuss hat er mich auch geoppt. Also... Mach dir nichts raus. Nee! Du Ficker! Ja! Boah! Du bist doch kein Arschloch! Ich bin ganz ehrlich. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Oh, das war ja. Du bist ja nicht. Ah, endlich bin ich mal so gelandet, dass ich hier liegen bleibe. Bei mir halte der sich wieder. Ja, aber ich bin gerade vorbeigehuscht da. Klappet nicht mit dem Torwart. Was? Ich hab echt nicht, Daniel. Ich will das Item haben. Das ist auch bloß, wo du da gelandet bist. Die Kanone schießt mich rüber und ich lande im Wasser. Bist du nicht gegen mich gerade geflogen? Ich bin ins Wasser geflogen. Ja, achso, ja, das ist das Passage. Ich hab mich abgebreitet. Okay, ich bin bei mir gerade in der Luft abgebreitet. Ah, das hatte ich auch schon, dass die mich ins Wasser geschleudert hat. Der Torwart hat mich gerade dreimal gehalten. Ich bin ins Wasser. Lotto schreibt, das ist aber echt ein Pissloch. Wie heißt das hier überhaupt? Elf und nicht Ness. Ah, wegen Loch. Ness. Hallo? Scheiße. HAH! NEE! Leckt mich jetzt, Mensch, los. auf der start, oh neee du bist schon drin? mhm ja aber du kennst mich, ich bin Udo ich mach mal tausend Schläge auch wenn ich schnell da drin bin hab schon tausend Schläge mhm, weil es doch keine Monster gibt, schreibt der Dönil, das ist richtig wobei doch, am Ende kommt ein Monster das letzte level ich erneut, soweit ich mich erneut Dinnenfisch glaube ich würde lauter sagen, Dinnenfisch so ein richtig riesiger bleib liegen oh danke bleib liegen bleib liegen Scheiße, ich muss ja vorher weg, ansonsten berührte mich ich fick meinen Schlag auf WAS?! AHA Aha Marius? Hallo? Achso, du warst weg Einfach rein Habt du was gesagt? Ja Nee, hab ich nicht gehört that's ... Wack Warum wack 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 b Hä? Ich war doch auf einer Platze, wieso spawn ich wieder vorne? Ja, weil die sich senken. Ja, aber ich war aber oben drauf, nicht unten. Also auch nicht im Meer. Aber die heben sich doch die ganze Zeit, also die gehen doch die ganze Zeit hoch und runter. Ja, ich war aber sofort und dann hätte ich... Ich war am Rollen. Ja, aber... Ja, aber die Dinger da waren noch nie fest, das Problem. Ich war bei dem Level erinnig mich hin. An der Szene mit Franz. Hab ich da viel gelacht. Ach, okay. Jetzt kann man über mich schlachen hier. Hängt mich doch mal, mein Tisch will unbedingt hier. So, ja. Ach, du bist schon durch. Scheiße, ich hab dir da noch nur ne Quale gelacht. Ich auch. Da gibt's zwei Tore. Und das Recht hab ich auch gemacht. Ah, es gibt zwei Tore. Hallo? Hallo? Oh, da bin ich wieder bei zurückgerutscht. Ich hab's geschafft, in den Winkel zu schießen. In den Winkel. Nice. So, ich mach jetzt zwei Hold-on-Ones, du 10 und dann hab ich noch den. Okay. Nach rechts klappt nicht. Ich glaub, man muss durch die Mitte mit dem Pog. Okay. 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 Lukas, du hast gesehen, wo ich, äh, wo, wo ich war, ne? Oh, nee. Ich war genau hinter dir gerade, wo du gerade mit bist. Ich bin durch die Mitte. Okay. Langfall. Wurde jetzt random am Start dritten gespawnt. Arschleck. Da seh ich dich. aber sowieso egal und wenn das spiel nicht mehr spielen will kann ich auch nichts für klar davor war ich auch scheiße aber gerade wirklich immer schön ich erinnere mich auf jeden fall ich weiß auch noch mal dass ich das nicht mal ständig außerhalb der map gespawnt ich hatte zwei schläge und umgespawnt mit fünf schlägen ach das fach du sack ich komme noch ein eishockey rum damit ich drauf bin ich